ja servus leute bin ich wieder tj naja letzten video haben wir eine kleine haupt mit so weit gemacht und gegen die bösewischen gekämpft gegen herr futcher und elektro und jetzt machen wir weiter machen wir das hebe was ich mal ein graus okay fischbar anschauen leute so da oben juri es klingt verrückt aber die sable agents verhaften personen und rauben sie dann knallhart aus ja aber sie machen das bei leuten mit fetten autos oder schmuck was sie zu kriminellen macht behandle sie auch so als da nur noch ein paar fußspuren waren hatte ich dich eingesponnen so ich hab keine nette Ich bin an ihn dran. 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 die leute sind alle draußen und haben ihr eigentum wiederbekommen die einheit angezeigt wird das glaube ich erst wenn ich es sehe nein muss schon wieder versuchen weil es ist ja nicht fair das ist unfair gute nacht ja 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 nee nicht mit Was ist das? Ich brauche Rückendeckung. Ein Einfällig. Kengu ist Spider-Man. 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 Ja, 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 komm. Na toll, noch mehr von denen. Ich würde mich ja ergeben, aber nur, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Was hat er da gemacht? Granat! Du Arsch! Der Mist! Der Mist! Den Mist! Der Mist! Der Mist! Oh. die jungs kriegt einfach nicht genauer sagt was ich bin nicht interessiert und sie soll aufhören mich zu stoppen ja 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 doch leck mich doch ich glaube man dieses selber typen Fable Leck mich doch von Anfang ja war klar oder Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, hey, Jungs, voller Verstärkung. Eure Chefin hat gerade gesagt, ihr sollt euch den Rest des Tages freinehmen. Ich schwör's. Angriff. Das soll man aufhelfen. Komm, rein dich. Schlechte Nachricht, mehr Sable-Typen. Gute Nachricht, gibt's keine. Ja, 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 ja. Spider-Man, die Einheit hat schon mal auf eigener Faust gehandelt. Sable International hat keine Zeit, dagegen vorzugehen. Aber es ist die Zahl, das hier es tun. Ich wollte sie sowieso fertig machen. Aber so ist es noch lustiger. Danke. Na toll, noch mehr von denen. Ich würd mich ja ergeben, aber nur, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Ich würde mich ja ergeben, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Ich würde mich ja ergeben, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Ich würde mich ja ergeben, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Ihr Jungs kriegt einfach nicht genug. Sagt Silver Sable, ich bin nicht interessiert und sie soll aufhören, mich zu stalken. Okay. Ah! Entra à plus d'éclat! Ah! 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 Du bist der Letzte, oder? Nein! Und der Letzte! Oh! Ach! Ach! Du bist der Letzte, ja? Jawoll! Du bist der Letzte! Meine Güte, war das... ...schwer geführt mit dem Kampf! das hat länger gedauert als es sollte ja ich habe geschafft oder oder man wie das hasse captain die leute sind alle draußen und haben ihr eigentum wieder bekommen die einheit angezeigt wird das glaube ich erst wenn ich es sehr ruhig wahrscheinlich nur aus angst vor schlechter presse endlich mal ein klarer sieg nicht wirklich mittlerweile stresst es mich mehr wenn keiner nicht fertig machen will sollen sie kommen ich bin bereit doch noch ich glaube noch ich gibt noch irgendwo eins oder oder was ist jetzt die letzte nein das habe ich auch schon alles irgendwo gibt es noch ein oder so meine basis nein wir waren mal die wohnlager schriftlingslager ja so nennt man die wenn er mit ihnen noch mal selber außenposten na gut dann hat wird doch alle hier drin also gut machen wir die hauptwahl dahin ja 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 naja bevor ich mich dann weiter mache der wasserspeicher aber wo ist skorpion das sehe ich mir genau an also gut ich mache mir einen kleinen cut leute ich hoffe es hat gefallen obwohl ich es dreimal in der namen aber was es angreifen muss aber ja ich hoffe es hat gefallen gibt mir doch doch ob es gefällt oder nicht wo wir sind gleich wieder also bis dann leute